Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Let's Play Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir werden in diesem Part mit dem ersten DLC dieses Spiels beginnen. Ich will mich allerdings erstmal hier noch ein bisschen im Ohr bekant umschauen, denn wir haben in der letzten Folge das Finale absolviert, die Hauptstory quasi beendet und haben hier in der letzten Folge schon mit Agathe geschnackt. Und wir sind im Grunde genommen auch fast durch. Ich habe es schon eine Weile nicht mehr aufgenommen, aber es gab hier noch diesen einen netten Herrenhändler, mit dem ich gerne mal sprechen wollen würde, Fioran Agrust. Schön, dass ihr wieder auf den Beinen seid und eure Quartiere verlassen könnt. Dies hier ist die untere Halle des Orwokant. Der Rat erweist euch diese seltene Ehre angesichts all dessen, was ihr für uns getan habt. Für alle Alpha. Er hat mir außerdem gestattet, euch Zugang zur Rüstkammer des Rates zu gewähren, falls ihr einen Blick darauf werfen möchtet. Ja, werden wir, glaube ich, mal machen, würde ich sagen. Leider verrät er uns nichts über sich, deswegen will ich wissen, was er über Arlin weiß. Ah ja, sie war es, die euch hergebracht hat, wisst ihr? Sie hat beinahe den ganzen Tag neben eurem Bett gestanden, musste dann jedoch urplötzlich in einer dringenden Angelegenheit aufbrechen. Aber so war sie ja schon immer. Das stimmt, so ähnlich haben wir sie auch kennengelernt. Also lange ist sie nie an unserer Seite geblieben. Irgendwann war sie immer plötzlich irgendwie weg, Orwokant. Ich fürchte, ich kann euch weder die oberen Hallen noch die Ratskammern zeigen. Aber ihr seid hier, in den unteren Hallen, herzlich willkommen. Und es ist mir eine besondere Freude, euch Zugang zur Rüstkammer des Rates gewähren zu können. Aha, was muss ich jetzt leisten, um auch in die anderen Ecken zu können? Das finde ich ja fast ein bisschen gemein. Quartiere? Die Quartiere, in denen ihr während eurer Genesung geschlafen habt, waren einst General Tilerer vorbehalten. Nun jedoch sind es die euren, falls ihr sie je nutzen wollt. Ey, der sieht mit seinem Piercing echt aus, als ob der da so einen mega fetten Pickel hätte. Also ob das vorteilhaft ist, ich weiß ja nicht. Rüstkammer des Rates. Seltene Waffen und ähnliche Dinge, die speziell für Raties Anführer und Verteidiger erworben wurden. Ich fürchte jedoch, ihr müsst sie trotz allem, nun ja, bezahlen. Aber bitte, seht doch selbst. Eigentlich ist das ja nicht so geil. Also, vor dem Hintergrund, dass wir so viel Knete haben, ist das jetzt nicht schlimm. Aber trotzdem irgendwie komisch. So, wow. Der verkauft mal richtig geilen Scheiß. Was ist denn hier los? Alter Verwalter, ich glaube, ich habe noch nie so teure Sachen gesehen, oder? Ich meine, mit einem Hammer kämpfe ich ja aktuell nicht. Deswegen sagen wir das jetzt auf den ersten Blick nicht so viel. Aber es scheint nicht von schlechten Eltern zu sein. Zumindest auf unserem Levelniveau. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Oh, schade. Leider falsche Klasse, Kumpel. Aber die Händler, die verkaufen sehr, sehr selten. Beziehungsweise gar nicht irgendwas, was so Gemslots hat, ne? Können das sein? So, wir gucken trotzdem mal einmal ganz schnell durch. Das ist übrigens gar nicht mal so schlecht. Weiß ich nicht, ob ich das nehmen würde, wenn ich einen Schurken mal spiele. Was ist das denn? Dwerger Glückstalisman. Glückstaliman. Klingt fast wie Taliban. Da fehlt ein S. Ein Schmuckstück, um Böses abzuwehren oder manchmal auch heraufzubeschwören. Okay, also wenn mir Evil auf den Sack geht, dann kaufe ich mir diesen Talisman und habe meine Ruhe vor ihr oder was? Ein sonderbarer Geruch haftet dieser geheimnisvollen Flüssigkeit an. Was ist das hier? Dieses Getränk wird bei religiösen Ritualen der Massariol verwendet und erinnert an etwas Unangenehmes. Soll ich das einkaufen? Aber der wird ja hier eine Weile noch bleiben, oder? Schätze ich mal. Boah, also das ist echt ein geiler Allround-Händler. Kann man gar nicht anders sagen. Ich wette, der wird hier sogar ein paar Sachen haben, die ich so ganz cool finde. Wobei einige von diesen besonderen Gämmen besitze ich schon. Was bist du? Achso. Ah, okay. Ja, darf ich mir nicht ansehen. Alles klar. Tja. Na gut, dann würde ich mal sagen... Ich hoffe, euer Aufenthalt war erfrischend. Erfrischend? Irgendwie ist der Typ komisch. Ich weiß nicht. So, ähm... Ja, wo gucke ich mir denn diese eine Kammer hier an, von der er gerade sprach? Oder habe ich die jetzt schon auseinandergenommen? Keine Ahnung. Da war ich ja schon bei Agard. Ich möchte jetzt eigentlich dahin, wo ich den DLC starten kann. Du bist nur eine normale Wache, ne? Jawohl. Okay, ich bin ein bisschen, ein bisschen aufgeregt. Ich habe übrigens aus einem Kommentar auch den Wunsch zur Kenntnis genommen, den DLC auf Schwer zu spielen. Weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das möchte. Ich will mir ganz erstmal... Ich traue meinen Augen nicht. Ich möchte mir erstmal angucken, ähm, mit welcher Schwierigkeit ich da vor Ort konfrontiert werde. Hast du noch irgendwas? Ich bin Elund Kalt. Willkommen in unserer Stadt. Ich glaube, wir kennen uns schon, oder? Ich bin der Elund, Morphen Kalt. Die Stimme des Orbukant. In dieser Stadt ist mein Wort Gesetz. Aha, wenn ich mich deiner Stimme widersetze, was passiert dann mit mir, Melsenshire? Ihr habt alles aufs Spiel gesetzt, um unsere Schwesternstadt zu retten. Es war töricht, unverantwortlich. Und genau das, was nötig war. Ich danke euch. Das hat er gerade irgendwie cool umrissen. Geht mit dem Segen unserer Stadt. Ja, vielen Dank. Ich würde auch gehen, ohne dass ich den Segen habe. Aber mit Segen ist wahrscheinlich besser als ohne, nicht wahr? So, ähm... Boah, ich bin gerade irgendwie voll aufgeregt. Weil theoretisch bin ich ja jetzt schon im NG+, wenn man so möchte, ne? Also, obwohl NG+, heißt ja, dass man irgendwie von vorne anfängt, aber quasi jetzt die Zeit nach dem Finale schon. Ich wette, wir hätten bei fast allen Leuten, mit denen man hier sprechen kann, irgendwie neue Gesprächsoptionen. Aber das würde jetzt echt den Rahmen sprengen, nochmal mit allen zu quatschen. Zumal ich das nicht nur für Rathier glaube, sondern auch für andere Orte. So, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Hm, hier in Rathier melden, alles klar. Das ist doch diese, diese Kneipe, oder? Kann das sein? Wie gesagt, Rathier ist schon wieder so lange her. Hier war doch auch dieser Typ, der so, der so verbuggt war, ne? Weil ich das mit der einen Mission irgendwie verhauen hatte. Kann ich jetzt mit ihm reden? Nö, ist immer noch kaputt. Der arme Raff Klür wird in Negoyas LP niemals eine Chance bekommen, sich zu Wort zu melden. Ne, hier war die Kneipe, ne, Zollhaus, hier ist das Zollhaus und dahinter, weiß ich nicht mehr, das war doch die Kneipe, oder? Wer bist du? Warani-Wanderer. Diese Alpha-Frauen sind wirklich bezaubernd. Aha, deswegen guckst du mich jetzt wahrscheinlich nicht an, ne, weil ich keine von ihnen bin, die ja voll betreten zu Boden geguckt hat, als ob er mich scheiße finden würde. Und du? In diesem Garten im Tempel, oben auf der Nadel, ist es immer Nacht. Das müsst ihr mit eigenen Augen sehen. Okay, waren wir da schon mal? Bestimmt, oder? Rathierbürger. Also ich finde diese Rathierbürgerin hier, glaube ich, hübscher als diese Warani-Frau, aber so unterschiedlich sind halt die Geschmäcker, ne? Ja, Tatsache, das hier ist die Taverne, die auf diesem Vorschaubild überhaupt nicht nach Taverne aussieht. Meine erste Assoziation hiermit ist immer noch Kirche. Ich finde, das ganze Design ist irgendwie, erinnert mehr an Kirchen, aber gut, das sieht ja hier nicht so aus wie auf dem Ladebild gerade eben. So, jetzt bin ich gespannt, Leute. Ich habe irgendwie Angst. Aber wir packen das schon, oder? Kommodore Garig. Ihr müsst wegen des Aushangs hier sein. Woher ich das weiß? Ganz einfach. Abgesehen von möglichen Bewerbern spricht überhaupt niemand mehr mit mir. Das muss wohl daran liegen, dass ich nach Verzweiflung rieche. Danach, dass ich junge Seelen in ihr sicheres Verderben schicke. Oh, da hängen seine Ohren auch glatt ein bisschen runter. Kennen wir den schon? Ich glaube, der ist jetzt neu, oder? Oder haben wir schon mal mit dem geschnackt? Weil der kommt mir irgendwie bekannt vor, so von seinem äußeren Erscheinungsbild. Aber gut, hier ähneln sich ja einige Leute. Ja, wer bist du denn? Ich habe seit meiner Jugend in der Handelsflotte der Alpha gedient. Begonnen habe ich meine Karriere als Schiffsjunge auf der Standhaftigkeit. Sie war ein gutes Schiff. So richtig standhaft, ne? Galgen sind? Es ist das Versteck des toten Kel und seiner Mannschaft. Der Legende nach ist es eine verfluchte Insel. Eine schreckliche Narbe auf dem Antlitz der Welt. Um ehrlich zu sein, weiß niemand, wo genau sie liegt. Und ich denke, das ist auch gut so. Du Kumpel, aber wenn ich da hin soll, dann muss mir auch irgendjemand sagen, wie ich da hinkomme. Der tote Kel? Das ist die Geißel des Frostbruchmeeres. Ein Schrecken, der offenbar fest entschlossen ist, jedes Schiff zu versenken, das von Rath hier oder sonst wo ins Meer sticht. Wäre er doch nur tot geblieben. Na, vielleicht können wir da ein bisschen nachhelfen. Das Frostbruchmeer? Es ist der grausame, eisige Ozean nördlich der Eratellebenen. Ein geschäftiger Ort des Handels und Transports. Und des gelegentlichen Verrats. Ja, und darüber werde ich wahrscheinlich diese besagte Insel erreichen, weil immerhin weiß er, wo sich dieses Meer hier befindet. Ich komme wegen des Auftrags. Ach, ich bin mir sicher, ihr werdet das Interesse verlieren, sobald ihr die Details kennt. Das geht allen so. Wir von der Handelsflotte der Alpha möchten einen... Bevollmächtigten anheuern, der einen berüchtigten Piraten, den toten Kel, und seine Mannschaft der Gehengten aufspürt und tötet. Kel. Das ist irgendwie voll komisch ausgesprochen. Kel. Okay, wer ist denn der tote Kel? Im Zeitalter der mittleren Königreiche hatte er viele Namen. Der Geist des Frostbruchs, das blutrote Segel. Wenn Kel seine Flagge hisste, fürchtete jeder Kapitän und Seemann um sein Leben. Viele Frauen wurden in diesen Tagen zu Witwen gemacht, meine Liebe. Doch natürlich ist das Jahrhunderte her, bevor er getötet wurde. Ja, wir machen das schon, glaubt man nicht, dass wir da zurückschrecken. Der tote Kel ist gestorben. Oh ja, die Flotte der Alpha hat dem toten Kel vor Generationen ein Ende gemacht. Sie verfolgte ihn bis zu seinem Inselversteck und machte Kleinholz aus seinem Schiff. Es gab keine Überlebenden. Jetzt versteht ihr hoffentlich unser Dilemma. Ja, ja, das macht mich aber nur noch neugieriger, weißt du. Was hat er denn getan? Unsere Schifffahrtswege sind ein wahrer Spießrutenlauf. Der tote Kel macht Jagd auf unsere Schiffe wie Skaffs, die sich an den Sterbenden laben. Wir sind ihm hilflos ausgeliefert. Eines von fünf Schiffen, das Rad hier verlässt, geht verloren. Gute Seeleute verlieren ihr Leben. Lebenswichtige Vorräte versinken in den Tiefen. Das muss ein Ende haben. Ja, ihr habt trotzdem das gerade mit einem S zu vier geschrieben, liebe Übersetzer. Ich mache es. Das werdet ihr? Wirklich? Ich muss zugeben, damit hatte ich nicht gerechnet. Hier ist eure Bezahlung. Sie erfolgt in gutem Glauben. Meldet euch bei Kapitänin Rest Brettigan an den Kais, sobald ihr eure Vorbereitung abgeschlossen habt. Sie wird euch begleiten. Rest ist eine gute, loyale Gefährtin und eine fähige Seefahrerin. Ungeachtet dessen, was die Leute sagen. Möge Lyria euch beschützen. Und möget ihr ihren Atem stets im Rücken haben. Viel Glück. Ja, wenn sie sich immer die Zähne putzt, gerne. Aber die Namen sind irgendwie witzig. Also auch so von der Aussprache her. Kel und Rest irgendwie alles so ein bisschen, weiß ich nicht. Das klingt irgendwie komisch. Ich kann das gerade nicht mal irgendwie in einer bestimmten Sprache zuordnen. Die Gehengten. Sie sind die legendäre Mannschaft des Toten Kel. Drei derart finstere Schurken, dass allein ihre Namen jeden Seemann erschaudern lassen. Mehr werde ich euch jedoch nicht erzählen. Nein. Ihr braucht nicht noch mehr, was eure Sorgen schürt. Ja, lass mich ruhig in meinem Verderben laufen. Ist okay, nämlich gar nicht persönlich. Und Kapitänin Brettigan? Sie ist die einzige Kapitänin, die bereit ist, den Toten Kel bis in die Nebel des Frostbruchmeeres zu verfolgen. Vielleicht liegt es an ihrem Mut, ihrem Können oder ihrer Entschlossenheit. Nein, das ist es nicht. Rest ist eine gute Frau, aber sie ist sich ihrer Fehler nicht bewusst. Und davon gibt es reichlich. Man nennt sie nicht umsonst die schlechteste Seefahrerin der Welt. Echt? Okay, das klingt nach einer sehr interessanten Persönlichkeit, die Scarves. Nichts bereitet einem Kapitän und einer Mannschaft mehr Probleme als diese kleinen blauen Bestien. Ihre giftigen Sekrete können sich innerhalb von Tagen durch einen nagelneuen Rumpf fressen. Sie sind in dieser Gegend nicht heimisch, aber sie verstecken sich in den dunklen Laderäumen der Schiffe, die aus dem Norden hierher segeln. Na Mensch, das klingt ja wieder, als ob das meine neuen besten Freunde werden könnten. Wo ist Kapitänin Brettigan? Sie hockt wie ein Seevogel am Pier und entfernt sich nie weit von ihrem Schiff, der Unheilsbraut. Unheilsbraut, geil. Ihr könnt Rest vertrauen. Cooler Name auf jeden Fall. Auf die bin ich jetzt mal richtig gespannt. Ja, das ging so ein bisschen amerikanisch. Kommt das hin? So von der Art und Weise, wie sie die ganzen Namen hier betonen. Warum sind denn hier überall so viele Schätze, die ich noch nicht aufgemacht habe? Jetzt sagt bloß, das sind alles Dinger, wo ich irgendeinen Schlüssel brauche. Ich meine, vielleicht habe ich den ja inzwischen. Irgendwie peile ich jetzt hier gerade nur nicht, wie man hier laufen muss. Ach so, doch, hier geht es nach oben. Alles klar. Der Aufbau dieser Taverne, den hatten wir ja auch an vielen anderen Orten schon. Keine Ahnung, warum ich das vorher nicht gepeilt habe. Okay, na gut, die ganzen Bauernbekleidungssachen hier, die können wir eigentlich da lassen. Gehen wir mal zu Rest und zu ihrer Unheilsbraut und gucken mal, wie die so drauf ist. Und wie die so aussieht und alles. Das scheint irgendwie eine wichtige Begleiterin hier für uns zu werden. Bin echt gespannt, was dieser ganze DLC auch für einen Umfang haben wird und alles. Aber ich finde es auf jeden Fall extrem geil, dass wir an einen komplett neuen Ort erstmal rüberschippern werden. So, warte, was meinte er? Okay. Muss hier nicht irgendwo ein Kringel sein? Ach so, hier. Ach, die ist jetzt hier direkt schon. Okay, habe ich ihm wohl nicht so richtig zugehört. Ich dachte, sie wäre jetzt irgendwo ein bisschen weiter außerhalb. Aber umso besser, müssen wir nicht weit laufen. Wo ist sie denn? Hi, Kapitänin. Ich will dich angucken. So, du hast weiße Haare. Ja, ich glaube, wir sehen nebeneinander furchteinflößend gefährlich und cool gleichzeitig aus, ne? Ach, stört mich nicht. Ich warte auf eine Passagierin. Irgendeine selbstmörderische Verrückte. Da darf ich mich nicht beim Tratschen erwischen lassen. Ich will einen guten Eindruck machen. Genau über das Thema Eindruck habe ich mir auch gerade Gedanken gemacht, meine Liebe. Aber die hat eine neue Stimme, kann das sein? Ich glaube, die Stimme haben wir hier im Hauptspiel so noch nicht gehört. Irgendwie ist die komisch so auf den ersten Blick. Wer bist du denn? Als ich mein erstes Schiff gesteuert habe, ging ich meinem Vater gerade mal bis zum Knie. Ich habe es prompt in die Hafenanlage gerammt und mit einem Schiffbruch gleich drei Boote versenkt. Da wusste ich, dass es meine Bestimmung ist, zur See zu fahren. Von diesem Tag an habe ich mein gesamtes Leben auf dem Wasser verbracht. 20 Schiffe in 20 Jahren. Das muss eine Art Rekord sein. Okay, ein Rekord, der so ein bisschen zweifelhaft ist, wie ich meine. Sie redet auf jeden Fall wie so ein Kind. Sowohl von der Stimme her als auch inhaltlich. Wie kann man sich darüber freuen, dass man so viel Scheiße gebaut hat? Ich weiß nicht, wie sie ihren Skill jetzt aktuell einschätzt, aber gut. Galgensend. Meiner Erfahrung nach sind Inseln Orte, die man aufsucht, um Qualen und dem sicheren Tod zu entgehen. Galgensend ist jedenfalls eines der Ziele, die ich bei zukünftigen Reisen meiden werde. Außer natürlich, ich erleide dort Schiffbruch. Na, und die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht allzu gering, wenn wir mit dir zusammenreisen. Und was ist jetzt so schlimm an dem Ort? Das hat sie uns nicht erzählt. Die Gehengten? Blutgrimm. Die flüsternde Hexe und der Baronett. Teufel und Mörder sie alle. Sie bringen sämtliche Seeleute in Verruf. Mhm. Jetzt haben die immerhin auch Namen, die ich mir wahrscheinlich bis zum nächsten Part gar nicht merken kann. Der tote Kel. Er ist so schwer zu fassen wie der Nordwind. Ein Phantom mit einem Totenschädel als Gesicht und Flossen anstelle von Füßen. Jeder Seefahrer träumt davon, dem toten Kel die Stirn zu bieten. Er und seine Gehengten gehen, wohin es ihnen gefällt. Sie sind die Herren des Frostbruchs. Und das werden wir zu ändern, wissen Schätzelein. Oder? Wir kriegen das schon irgendwie hin, obwohl ich weiß, wie stirbt im Laufe des DLCs oder so. Ich hoffe natürlich nicht. Ich bin eure Passagierin. Na, da soll mich doch einer Kiel holen. Ihr seid also diejenige, die für die Flotte Geigens empfinden und den toten Kel erledigen soll. Das ist Selbstmord. Wirklich? Fragt die anderen. Ach, verdammt, das könnt ihr ja nicht. Aber macht euch keine Gedanken um sie. Wie meine Mutter immer sagte, trauere nicht um die Verstorbenen. Selbst wenn sie dich hören könnten, wäre es ihnen egal. Ja, kann ich nicht beurteilen. Aber welche anderen meinst du denn? Ihr wisst schon, die anderen Bewerber. Sie sind tot. Sie alle. Oder zumindest alle, die man gefunden hat. Viele sind doch einfach verschwunden. Einen dieser armen Kerle fand man in winzige Stücke gehackt. Sie brauchten einen Eimer, um all seine Einzelteile aus der Brandung zu fischen. Aber nur keine Bange. Wir haben bestimmt eine wundervolle Reise. Ja, natürlich. Also du verstehst es echt wie keine andere, mich gerade total zu motivieren. Was ist Galgensend? Es ist die mysteriöse Inselfestung des toten Kerl und seiner Mannschaft. Wieso? Wisst ihr, wie man dorthin gelangt? Ich habe nämlich nicht die geringste Ahnung. Ich hatte gehofft, es unterwegs rauszufinden. Aber ich frage mich langsam, ob das wirklich eine gute Idee ist. Ach, maximal vorbereitet ist sie auch noch. Sehr schön. Wird ja immer besser. Erzählt mir vom toten Kerl. Er ist der Schlimmste von allen. Ein Schurke, der das Leid, das er verursacht, wirklich genießt. Aber er ist auch gerissen. Nicht einmal der Tod kann den toten Kerl einfangen. Ich wäre gerne diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Vielleicht bekomme ich dann endlich mal ein wenig Respekt. Vielleicht kann man den gar nicht töten, weil der immer wieder aufersteht. Nicht, dass wir jetzt hier auch unser Leben lassen müssen. Ähm, wir schmeicheln ihr mal ein bisschen. Ihr seid mutig. Schmeicheleien bringen euch nicht weiter. Außer ich habe zu viel getrunken. Dann fürchte ich, bringen sie euch an alle möglichen seltsamen Orte. Aber ich sollte das besser nicht vertiefen. Tari und ich sind bereit, wenn ihr es seid. Wer ist Tari? Ey, genau, das gleiche wollte ich auch fragen, auch bevor ich das hier gesehen habe. Wie geil. Er ist der ausgezeichnete erste Mat hier neben mir. Worte sind allerdings nicht unbedingt seine Stärke. Es ist ohnehin schwer zu sagen, wo genau seine Stärken liegen. Ich fand ihn, nachdem ich gezwungen war, meinen ehemaligen ersten Mat auf einer einsamen Insel auszusetzen. Der Mann war besessen von mir. Vermutlich, weil ich Sex mit ihm hatte. Eine Menge Sex. Ah ja. Okay, aber immerhin hat er ja überlebt bis hierhin, ne? Also so ganz nutzlos kann er ja auch nicht sein. Es sei denn, das wird jetzt seine erste Überfahrt. Aber davon gehe ich mal nicht aus. Brauche ich irgendetwas? Nur das, was ihr im Notfall auch bei euch haben wollt. Dort, wohin wir uns begeben, gibt es keine Händler. Mhm. Das ist schon mal ein interessanter Hinweis. Aber ich habe jetzt keinen Bock, nochmal einen Händler aufzusuchen. Ich werde notfalls meinen Plunderkram einfach so entsorgen. Wisst ihr, wo ihr hingeht? Angesichts der Tatsache, dass ich nicht an Nautik glaube, muss ich das wohl verneinen. Nicht im Moment. Aber keine Sorge. Wenn man nur häufig genug Schiffbruch erlitten hat, lernt man damit umzugehen. Okay. So, dann würde ich mal sagen, ich bin bereit. Mein Schiff erwartet euch, wenn ihr bereit seid, in See zu stechen. Ihr werdet feststellen, dass es sowohl schnell als auch seetüchtig ist. Geht nur nicht runter in den Laderaum. Da unten ist ein Leck. Ein großes Leck. Ich prophezeie uns eine ereignislose Reise. Vielleicht wird uns sogar langweilig. Nun denn, lasst uns in See stechen. Vertraut niemandem. Außer mir natürlich. Ich weiß nicht, ob das langweilig werden kann, bei einer Begleitung wie ihrer Person. Ich würde Tari auch gerne mal kennenlernen. So, hört die Geschichte des Piratenkönigs, der vom Dunkelrathiers bis zum Frostbruchmeer in Kielwasser fuhr. Sein Name war der tote Kerl. Mit seiner Mannschaft der Gehengten und einer Knochenbleichenflagge segelte er von Galgens Endfahrt. Und kein wahrer Seemann Frieden fand, wenn sich näherte des toten Kerls Schiff. Gehengten und einer Knochenflagge segelte er. Okay. Ich habe ja irgendwie schon so ein bisschen Angst. Kann es sein, dass dieser DLC ein bisschen gruselig werden könnte? Ich habe keine Ahnung. So, sind das jetzt Leute, die mit uns rübergeschippert sind? Ich dachte, ich kann mich irgendwie noch auf dem Schiff umgucken. Hey, mein Krabbenfreund, na? Schön, dich wieder zu sehen. Oh, die sind so süß. Das ist so lange her. Toll, dass die jetzt hier auch wieder ihr Revival quasi feiern. Ist jetzt natürlich nicht so toll, dass wir hier so viele Tote zu verzeichnen haben. Hat keiner sonst überlebt? Ach, du Scheiße. Oh nein. Und wo ist jetzt der Typ, mit dem du gevögelt hast? Mit dem wollte ich noch mal kurz sprechen. Ich hoffe, ihr habt verhütet nicht, dass du während unserer Reise hier plötzlich schwanger wirst. Ja, ich glaube, das ist ja irgendwie alles andere als praktisch. So. Okay, was haben wir hier? Eine Karte und hier ein Eingang zur überfluteten Kaverne. Ja, und ein paar Schätze drumherum. Ja? Soweit erstmal übersichtlich. Puh. Mit einer derartigen Katastrophe hatte ich nicht gerechnet. Wirklich zu schade. Geht es euch gut? Ist alles da, wo es hingehört? Die meisten anderen sind gestorben. Und es war kein schneller Tod. Ich habe ihre Schreie im Nebel gehört, aber ich konnte nichts tun. Hm. War das jetzt nur Glück, dass wir überlebt haben? Oder... Also irgendwie fühle ich mich gerade total schäbig, dass die anderen ihr Leben lassen mussten. Was ist passiert? Der tote Kel. Gerade noch war nichts zu sehen außer dem offenen Meer. Doch dann war er plötzlich da. Es hat nicht viel gebraucht, um die Unheilsbraut zu versenken. Das arme Schiff bettelte um Gnade. Und der tote Kel gewährte sie ihr. Ja, und warum haben wir überlebt? Und wo sind wir? Willkommen auf Geigens End, meine Liebe. Zumindest glaube ich, dass es das ist, wohin es uns verschlagen hat. Ich hoffe, ihr mögt Überraschungen. Na, kommt drauf an, in welcher Form die mich überraschen. Ähm, ja, ich bedauere euren Verlust. Ach, niemand bedauert ihn mehr als ich. Diese Männer und Frauen waren meine Familie. Wenn man die Welt bereist, finden sich nicht viele Gelegenheiten für Nähe. Auf der Unheilsbraut hatte ich sie gefunden. Und wieder verloren. Aber zum Glück ist Tari noch bei mir. Mehr oder weniger zumindest. Ja, wo ist er denn? Was ist mit Tari passiert? Ich weiß es nicht genau, aber er blutet wie ein ausgeweideter Fisch. Wenn wir Hilfe holen wollen, müssen wir das Ufer erreichen. Erst dann werden wir uns um ihn kümmern können. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Okay, das klingt irgendwie erstmal nicht so gesund. Wurde das Schiff zerstört? Ja, das haben wir doch gesehen. Es ist verloren. Möge Lyria es segnen. Wie meine Mutter immer sagte, du darfst niemals etwas lieben, denn letztlich stirbt alles. Sie war eine weise Frau, meine Mutter. Und sehr, sehr traurig. Der Rumpf ist nach Osten in eine Bucht getrieben, wo er dann vollständig versankt. Alles, was noch bleibt, sind Luftblasen. Okay, auf die kommen wir jetzt hier mal wieder runter. Ja, eigentlich würde ich tendenziell auch das untere nehmen, so vom Bauchgefühl her, aber ich will sie nicht gegen mich aufwiegeln. Deswegen, jetzt sind nur noch ihr und ich übrig. Und ich könnte mir kein besseres Gespann vorstellen. Offenbar führt unser aussichtsreichster Weg auf die Insel durch eine nahe Höhle. Sie scheint allerdings überflutet und durch Trümmer blockiert zu sein. Ich habe zwar etwas alten Kobold-Sprengstoff im Gepäck, aber ich habe ihn noch nie verwendet. Nun, zumindest nicht erfolgreich. Legen wir los! Muss ich jetzt mit Sprengstoff arbeiten, oder hat sie das einfach nur gesagt, um ein bisschen Pepp in die Geschichte zu bringen? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber wenn Tari überlebt hat, dann verstehe ich nicht, warum. Ach da! Ich habe einen Tari entdeckt, einen schwerverletzten. Aber so blutig sieht das gar nicht aus. Zumindest liegt er in keiner Blutlache. Vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Vielleicht hat er einfach nur Magenkrämpfe. So, warte mal, ich will mit ihm sprechen und nicht mit der Kapitänin. Kann ich aber leider nicht. Kannst du mal kurz weggehen, Frau? Ich weiß, dass du deinen Liebsten da wahrscheinlich gerne aus nächster Nähe betrachten möchtest. Aber nö, ich kann leider nicht mit ihm labern. Schade eigentlich. Wobei ich das eh immer unrealistisch finde, wenn in den ganzen Videospielen immer diese ganzen schwerverletzten Leute alle immer noch so voll ganze Sätze über die Lippen bringen. Dieser Mantel ähnelte zwar den Öltuchjacken der Varani-Kapitäne. Er wurde jedoch von einem Schneider mit aufwendigen magischen Runen versehen, die sein Gewebe mit einem Schutzzauber durchtränken. Ja, gar nicht mal so schlecht auf den ersten Blick. Aber ich glaube nicht besser als das Zauberpendant, was wir seinerzeit noch getragen haben. So, ja, ich weiß übrigens, ich wollte noch in Erwägung ziehen, aufs Schwert zu stellen. Was ist denn hier los? Er ist ja genau das gleiche Schwert, mit dem ich jetzt kämpfe, aber genau. Zufälle gibt's, die gibt's gar nicht. Wahnsinn. Okay, aber gut, wir finden hier auf jeden Fall gutes Zeug. Jetzt weiß ich auch, warum der ein oder andere mir seinerzeit beschrieben hatte, dass man durchaus in Erwägung ziehen sollte, den DLC zuerst zu machen. Wobei, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Vielleicht hätte ich auch erst mal nach Primordia gehen sollen. Bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt so klug war. Hm. Okay, ja, da bin ich jetzt irgendwie... Weiß ich nicht, das hab ich gar nicht in Erwägung gezogen. Ich weiß auch gar nicht, warum mir das ausgerechnet jetzt einfällt, aber das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. So viel sei mal gewiss. Das Gnomenkinderreim, den hatten wir doch vor Ewigkeiten schon mal. Das hatten wir schon mal mit den beiden Brüdern. Das nehm ich jetzt auch nicht mit, so. Bis auf rot gedrückt. Achso, dann bleibt das jetzt hier im Wasser? Das ist ja nervig. Kann ich das irgendwie zerstören? Mann, okay, dann mach ich das jetzt in den Plunder rein. Von mir aus auch das. Zwischen den einzelnen Parts werde ich sowieso ein bisschen was aus dem Plunder einfach wegschmeißen. Vor dem Hintergrund, dass wir eben die Info bekommen haben, ne? Dass es hier keinen Händler geben soll. Wobei, vielleicht hat sie sich ja auch geirrt. Vielleicht werden wir hier noch eines Besseren belehrt. Man weiß es nicht. So, was haben wir hier noch? Eben Holzstab. Ähm. Joa, ich weiß nicht. Irgendwie mag ich das Piraten-Thema total gerne. Aber es gibt so ein paar Spiele, da assoziiere ich mit Piraten echt ziemliche Scheiße. So, also Eternal Sonata zum Beispiel. Wenn ich da an den einen Piraten-Boss denke, da wird mir direkt schon wieder ganz anders. Aber an sich finde ich das Thema an sich halt spannend. Und mag halt auch das Ambiente und diese ganzen, diese ganze mystische Komponente, die alles so um das Piraten-Thema herum mit sich bringt. Und, ähm, ja, finde ich gut. Also ich bin echt gespannt. Ich freue mich irgendwie riesig, dass das jetzt hier in die Richtung geht. Überflutete Kaverne. Okay. Ich dachte, Tatsache, dass sie vielleicht so ein bisschen mit den Bomben arbeiten müssen. Das, was sie halt vorhin so angesprochen hatte. Wow. Wunderschön. Das Spiel macht genau da weiter, wo es zuletzt aufgehört hat. Jetzt bin ich mal auf die Gegner gespannt, zu diesem Ratte. Okay. Aber Leute, ganz ehrlich. Die Gegner hier sind gelb. Wenn die jetzt grau gewesen wären, dann hätte ich vielleicht drüber nachgedacht, zu sagen, okay, wir gehen direkt mal auf schwer. Aber ich denke auch mal, dass das jetzt hier die, die wahrscheinlich Schwächsten sein werden. Deswegen seid mir nicht böse, ja. Aber wenn ich merke, dass ich hier irgendwie Folge für Folge irgendwie, weiß ich nicht, so quasi im Spazierengehen vorbeikomme, dann bin ich gerne gewillt, da wieder was umzustellen. Warte mal, bei welchem Part sind wir jetzt? 163. Ich könnte natürlich auch in Erwägung ziehen, wieder zu sagen, alle 10 folgen. Also immer, wenn wir so eine runde Zehnerzahl quasi erreicht haben. Du bist eine Seefahrerin und ekelst dich vor Nässe? Okay, das ist wirklich ein sehr ambivalenter Charakter. Es ist an der Zeit, endlich herauszufinden, ob dieser Sprengstoff den Preis wert ist, den ich für ihn bezahlt habe. Tritt zurück! Ja, du aber auch. Ich wollte gerade sagen. Sagst du mir... Wie weit muss ich denn? Achso, okay. Jawollah! Sehr schön. Also hier wären wir wohl alleine dann nicht weitergekommen. Ich finde diesen Ort irgendwie jetzt schon total toll. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, nachdem ich das Finale aufgezeichnet habe, hatte ich so einen Anflug von komischer Sentimentalität. Ja, weil irgendwie bin ich voll traurig, dass das Projekt irgendwie bald zu Ende geht und dass ich jetzt nur noch in Anführungsstrichen die DLCs habe und das ist mir erst nach der letzten Aufnahme so wirklich bewusst geworden. Deswegen werde ich das Spiel jetzt wahrscheinlich mit den nächsten Parts auch irgendwie ganz anders genießen können, weil ich jetzt schon so eine komische Wehmut verspüre. Aber am allerspannendsten wird für mich die Frage sein und das hatte ich auch vor ein paar Tagen mal auf Twitter gebraucht, postet die Frage, ob wir Oh, Analyse von Galgen sind. Ob wir hier mit diesem Projekt die 200 Parts knacken. Eine Analyse von Galgen sind, die von Feldmessern der in der Stadt Adessa ansässigen Motusbergbaugesellschaft angefertigt wurde. Analyse von Galgen sind. Motusbergbaugesellschaft Rupparts-Judok, leitender Ausgräber. Auch wenn die Insel Galgen sind, zweifelsohne voller Magie ist, gibt es dort keine nennenswerten Mineralvorkommen, die einen Abbau rechtfertigen würden. Als unsere Expedition die Insel erreichte, schien offensichtlich zu sein, dass diese über eine Fülle natürlicher Ressourcen verfügt. Bei näherer Untersuchung stellte sich jedoch heraus, dass die Bäume verrottet und die Felsen undurchdringlich sind. Der Zauberer unserer Mission fand heraus, dass die Grundursache dafür in verfluchter Magie liegt. Wir folgten dieser bis zu ihrer Quelle, einem Erati-Altar auf dem Gipfel eines Berges, waren jedoch nicht in der Lage, die dort vorgefundene Tür zu öffnen. Die Einheimischen waren uns keine große Hilfe. Die meisten von ihnen haben sich zusammengeschlossen und an der Südküste niedergelassen, doch sie alle scheinen in einer Art religiösem Eifer gefangen zu sein und beten einen Gott namens Akkara an. Sobald wir wieder in Adessa sind, wird sich unser Forscher genauer mit diesem Akkara befassen. Andererseits gab es jedoch zahlreiches Bergungsgut zu finden. Nicht nur waren die Dwerger einst ja ansässig, auch wurden viele ihrer Schiffe ans Ufer gespült. Das Bergungsgut sollte zwar zumindest ausreichen, um diese Expedition zu finanzieren, allerdings sind dessen verbleibende Reste keinesfalls eine weitere Reise zu dieser Insel wert. Wir haben im Westen der Insel einen großen Hafen gefunden, der zweifelsohne von den Dwerger erbaut wurde. Falls sich eine der nahegelegenen Insel als ertragreich herausstellen sollte, könnten wir diesen Hafen möglicherweise als Versorgungspunkt nutzen. In der Mitte der Insel gibt es darüber hinaus noch eine gewaltige Dwergerfeste, deren fortgeschrittene Baufälligkeit sie jedoch kaum nutzbar macht. Was die Legenden über den toten Kel betrifft, so scheinen sie falsch zu sein. Wir sind weder ihm noch einem seiner Gehengten begegnet. Es gibt hier jedoch nicht wenige Fairgorter, die sich allerdings leicht von jenen unterscheiden, die wir aus unserer Heimat kennen. Sie scheinen von Wurzeln zusammengehalten zu werden, die jenen größeren Exemplaren ähneln, die wir überall auf der Insel gefunden haben. Die Tierwelt dieser Insel ist ausgesprochen gefährlich. Was aus der Distanz beispielsweise wie ein großer Felsen aussehen mag, kann sich bei näherer Betrachtung jederzeit als tödlicher Wurzelgolem entpuppen. Ach du Schreck! Wir haben an diese Kreaturen schon zwei Männer verloren. Außerdem scheinen die Höhlen und Tunnel der Dwerger voller Scarfs zu sein, die uns bereits eine Operation gekostet diese Insel weiterhin aus den Überlegungen über neue Unternehmungen auszuschließen. Okay, danke für die Warnung. Ich nehme das Ding mal mit. Es war mir irgendwie fast klar, dass wir hier auf dieser Insel nicht nur Ratten zu Gesicht bekommen, aber trotzdem ist mein Entdeckerdrang ungebrochen, unabhängig davon, was wir jetzt hier noch so für Horror- und Schaudergeschichten den ganzen Tagebüchern oder Aufzeichnungen entnehmen können. Irgendwie habe ich trotzdem ungutes Gefühl, was die Überlebensfähigkeit unserer Begleitung hier angeht. Ich glaube, sie wird am Ende sterben. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, sie wird ihrer Naivität so ein bisschen zum Opfer fallen, habe ich irgendwie so die blöde Befürchtung. Es würde mich zwar freuen, wenn das nicht so wäre. Ach du Scheiße, ach du bist also der berühmt berüchtigte Scarf. Ich verstehe. Du kriegst auf jeden Fall eine Menge und mit dem Schwert bin ich hier eindeutig besser bedient. Noch einer? Ne, das sind nur meine Krabbenfreunde. Ey, dieser Ort, der ist so unfassbar schön. Wow. Ey, da haben sich zwei Zwillingsschwestern gefunden, getroffen, wie auch immer. Das ist eigentlich genau mein Satz, weißt du. Normalerweise bin ich immer die, die ihre Orientierung verliert. Vielleicht mag ich sie deshalb, weil sie irgendwie so ein bisschen verplant ist. Aber sie ist auch irgendwie ein bisschen realitätsfern. was ist das denn hier? Ah, diese, diese Schnecke, die sieht mal mega geil aus. Wo war die? Ah, da. Ja, wo sind wir beim Thema Orientierung, ne? Okay, ich bin echt gespannt. Dieses Garf sehen auch mega geil aus. Erstaunlich bunt und knallig und farbenfroh für Amalur-Verhältnisse. Weil die meisten doch eher so mit dezenten Farben bestückt waren. Ich weiß, das ist so eine Kleinigkeit. Ich wollte eigentlich gar nicht mit ihr sprechen. Entschuldigung, wie machen wir einen Weg frei? Das hoffe ich auch. Ich wollte eigentlich zum Rennen ansetzen. Und da quatscht Gerda wieder ihre neue beste Freundin hier an. Ne, unsere beste Freundin ist immer noch Alin Schier. So, auch wenn ich nicht weiß, wo sie gerade ist. Sag sowas. Okay, danke für die Warnung. Hätten wir sowieso gemacht. Und immer schön Ohren zu halten, damit wir keinen Tinnitus mitnehmen. Jawohl. Oder auch nicht. Auf jeden Fall ist da vorne ein Gegner. Oh nee, nicht diese Lea Nasche schon wieder. Sag ich euch das mal an. Also das ist jetzt schon relativ zäh. Gleichzeitig können wir noch mit Zaubern und so arbeiten, aber ich habe, seit ich in Alabastra festgestellt habe, wie Reparatur-Kits wollte ich noch kaufen. Seht ihr? Das hätte ich vorher vielleicht nochmal machen sollen. Oder zumindest beim Händler. Also nicht beim Händler, bei irgendeinem Schmied alles reparieren sollen. Okay, dafür ist es jetzt wohl zu spät. Boah, alter Schwede ist das schön. Wow, ich liebe diesen DLC jetzt schon. Auch wenn es natürlich sein kann, dass diese Höhle hier eher eine Ausnahme darstellt, aber das glaube ich fast nicht. echt total klasse. Gefällt mir. Auch wenn ich ein bisschen Angst vor den ganzen Bossen habe, die hier mit Sicherheit auf uns warten werden. Also in dem DLC, wahrscheinlich jetzt nicht explizit in dieser Höhle. Ah, ihr seid cool. Irgendwie mag ich die Starves. Ich weiß, das sage ich jetzt. Irgendwas Ätzendes haben die bestimmt auch noch an sich, was ich noch nicht kennengelernt habe. Waren das die Viecher, die irgendwie eklig vergiften können? Oder verwechsel ich die gerade? Aha, was habt ihr davon? Ich habe noch was im Angebot, aber da lassen die mich leider nicht. Die erinnern mich von den Angriffsmustern her ein bisschen an die Niskaru, auch wenn ich die Scarves deutlich cooler finde. Scarves erinnert mich irgendwie an irgendeinen Gegnertypus aus Borderlands. Skok hießen die da aber, glaube ich. Keine Ahnung. Was soll das überhaupt darstellen? das sieht aus, als ob die voll die ekligen Eiterbeulen auf dem Rücken hätten oder sowas. Ja, da will ich hin und wie komme ich dann wieder zurück? Also irgendwie wird das Spiel hoffentlich schon Sorge dafür tragen, dass ich hier wieder zurück kann. Ich will mir nämlich die Schätze nicht entgehen lassen. Ey, wunderschön. mich erinnert mich erinnert das hier streckenweise auch ein bisschen an ein Gebiet aus Alice Madness Returns Sprengsatz. Aha. Diese Art von primitiven Sprengstoff wird häufig von Kobold Schurken verwendet. Das können wir jetzt also auch verwenden. Compendium. Ach du Scheiße, wie lange ist das denn her? Ich habe meinen Zettel hier leider nicht. Boah, mein Schreibtisch versinkt schon wieder im Chaos. Ich habe den Zettel hier leider nicht. Ich werde das erst mal mitnehmen und das nach diesem Part mal abgleichen. Ich hoffe, dass ich die noch finde. Guck mal, die Fische da unten. Die sind mir schon aufgefallen. Das sieht aus wie so eine riesige fliegende Untertasse. Wow, ich bin voll begeistert. Was ich am aller allergeilsten finde, ist, dass die sich hier ein komplett neues Design auch für den DLC überlegt haben. Also das ist jetzt hier auf den Mann, wisst ihr, was echt doof ist, dass ich jetzt so diesen einen Part aufnehmen kann und dann direkt schon wieder weg muss, weil ich heute verabredet bin und ich würde aber so gerne weiterspielen. Boah, kennt ihr das? Ey, theoretisch darf man wirklich so Spiele wie die hier echt nicht zocken, wenn man nicht so ein Open End hat quasi. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn man nicht unbegrenzte Zeit hinten raus hat. Ich kann das aber nicht absagen. Oder ich nehme heute Abend dann nochmal auf. Keine Ahnung. Menno, wie viel Zeit habe ich denn noch? Über 40 Minuten nehme ich schon auf. Na gut, ein bisschen. Verdammte Qualle! Ich habe keinen Sprengstoff mehr. Dabei sind wir so nah dran. Ich kann schon die Wellen auf dem Sand hören. Eine von uns muss nach einer Möglichkeit suchen, uns durch diese Wand zu bringen. Und damit meine ich euch. Ich kann nämlich nicht schwimmen, wisst ihr? Hatte ich etwa vergessen, das zu erwähnen? Wie die Frau sich bisher durch ihr Seemannsleben gemogelt hat. Keine Ahnung, wie die das geschafft hat. Was brauchen wir? Irgendetwas, das uns durch diese Wand bringt. Seid einfach kreativ. Ich würde euch ja helfen, aber ich kann nicht schwimmen. Eine Bombe haben wir ja noch über. So, warte mal, erst mal wollte ich jetzt hier gucken, vielleicht finden wir hier noch mehr davon. Mitreißendes Großschwert. Das ist aber so ein Biedenhänder, das ist kein Langschwert. Die sind, habe ich ja irgendwann schon mal festgestellt, auch als Langschwert gekennzeichnet. Schon wieder so ein Kinderrein, was soll ich denn damit? Jetzt bleibt das ja noch als Kiste hinterlegt, ich glaub's ja nicht. Okay, dann packe ich das jetzt in den Plunder mit rein. So, dann ist das eigentlich gut, dass ich da vorhin runtergesprungen bin von dieser Behelfsbrücke, weil wir da sowieso nach unten gemusst hätten. Oh, freut mich gerade, dass wir diese Kompendiums finden. Kompendia, Kompendi, keine Ahnung. Sehr schön, Sprengsatz geholt. Weiter geht's. Ich will noch nicht raus aus dieser Höhle. Neues Ziel lautet aber, diese zu verlassen. Keine Ahnung. Ich würde mir echt wünschen, dass es nochmal so ein Gebiet gibt, mit genau dem gleichen Design. Ich weiß gar nicht, ob ich raus will. Irgendwie mag ich in Kingdoms auf Amalur die geschlossenen Räume mehr als die Außenareale. also nicht unbedingt von der Optik her, also hier jetzt gerade schon, aber ich glaube, das war mal andersrum, oder? Habe ich mich zu dem Thema schon mal geäußert? Ich wette, dass ich irgendwann mal in Eratel war, habe ich genau das Gegenteil behauptet, weil ich seinerzeit von Eratel zum Beispiel so geflasht war, aber also rein optisch finde ich die meisten Außenareale schöner, ja, in diesem Spiel zumindest, aber so vom Spielen her mag ich, glaube ich, die geschlossenen Orte mehr, wie komme ich denn da, ach, da führt so ein Schleichweg rechtsrum lang, rechtsrum lang, voll der Zungenbrecher, so, ja, gar nicht so schlecht, aber keine Konkurrenz zu unserer jetzigen Chakrams, Chakrams, so, was haben wir hier, boah, echt ganz schön viel Loot, den wir hier mitnehmen, ich wette, wir sind schon wieder fast an unserer Kapazitätsgrenze, über Glutaugen hatten wir schon, das hatten wir sogar relativ früh, deswegen war ich gerade mal so frei und hab das direkt in den Plunder geschoben, und hier so, edler Ebenholzstab, ja, hm, weiß ich nicht mehr, nehme ich erst mal mit, muss das, wie gesagt, immer mit meiner Liste abgleichen und auf geht's, weiter nach unten, ein bisschen mit den Fischen schwimmen, oh, das könnte hier echt so schön sein, oder, wenn wir unsere Mission nicht hätten, aber ich wette, wenn du dich hier niederlassen würdest, würdest du nicht lange überleben, weil irgendwann entweder so hässliches Viehzeug über dich hereinfallen würde oder diese ganzen Piratenärsche dir irgendwann den Garaus machen würden, aber ich gebe mich trotzdem gerne der Illusion hin, ein sehr, sehr schönes Fleckchen hier in diesem Spiel, jetzt bin ich gespannt, wo wir rauskommen, irgendwo, wo es sonnig ist auf jeden Fall, oh ja, wow, echt schön, richtig, richtig schön, ich bin gerade so unfassbar begeistert, und damit sind wir jetzt auch offiziell in Galgensend angekommen, erstaunlich, dass wir das überlebt haben, ich wollte in der Höhle ja nichts sagen, aber ich hätte gegen uns gewettet, oder, um es mit den Worten meiner lieben verstorbenen Mutter zu sagen, bereite dich immer auf das Schlimmste vor, denn es wird vermutlich auch eintreffen, dort am Strand scheint es eine Ansiedlung zu geben, kommt, sehen wir nach, ob jemand zu Hause ist, okay, deine Mutter ist aber auch so eine kleine Hardcore-Pessimistin, oder? Wohin geht ihr? dieses Dorf sieht einladend aus, trotz seiner hungernden Bewohner und der aufragenden Galgen, vielleicht finden wir dort jemanden, der uns helfen kann. Ja, vor allen Dingen, ich bin bereit, wenn ihr es seid, ja, ich bin bereit, wenn ihr es seid, aber rennt schon mal vor, hm, tolle Teamarbeit hier, vielleicht können wir den hungernden Leuten auch was zu essen geben, oder ein bisschen Geld dalassen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die mit unserem Geld hier überhaupt irgendwas anfangen können, ja, ich muss mir das erstmal, erstmal so verinnerlichen, das ist ja im Grunde genommen wie so ein neues Gebiet, was wir hier entdecken, also ja, es ist auch ein neues Gebiet, aber auch so vom Design her und so, Grab von Isolde, holst dich, du bist allein gestorben, doch Akara wird dich niemals verlassen, er ist nun deine Familie, ja, darüber haben wir schon was in dem Buch gelesen zuletzt, dass die Leute hier alle irgendwie Akara anbeten sollen, in Aslof Maloy, Akara wacht nun über dich, liebster Aslof, im Tod kann dir der Pirat nichts mehr anhaben, du bist in meinen gebeten, quasi so eine Gegenreligion, um den Leuten Angst vor den Piraten zu nehmen, Grab von Hola, Herva, getötet vom toten Kel, körperlich für uns verloren, doch im Geiste stets bei uns, okay, ey, kaum kommen wir hier an, werden wir direkt mit einem Friedhof konfrontiert, er ist ja auch wieder toll, Nile Gorvin, möchtest du in Akaras Herzen willkommen sein, mögest du in Akaras Herzen willkommen sein, wir werden dich niemals vergessen, lesen kann ich auch schon nicht mehr, das wird den Leuten hier hoffentlich nicht so auffallen, Barry Dunald, getötet vom toten Kel, verschollen auf See, gefunden auf Geigensend, gepriesen sei Akara, und ich wette, am Ende ist Akara, der wirkliche Endboss, ich wette, am Ende müssen wir Akara bekämpfen und gar nicht diesen Kel, Grab von Ergrid Teak, ja, Teak würde ich sagen, er beschritt den Geigenweg, sein Verstand war verwirrt, die Schuld trägt der Piratenkönig, naja, oder Akara, ich hab da so ein bisschen meine Zweifel, also ich will jetzt hier nicht wieder der blasphemische Ketzer sein, aber ich würde mich nicht wundern, wenn am Ende der Bösewicht eigentlich ein ganz anderer ist, so, wow, ey, guckt euch das mal an, oh, ja, also das nicht alles hier so schön sein wird, wie das am Anfang den Anschein hatte, das war mir fast klar, so, hier haben wir wieder ein paar Leute, mit denen wir schnacken können und hier haben wir das Gezeitenbecken, gut ihr Lieben, wir werden uns dann aber in der nächsten Folge hier erst umschauen, weil ich nicht mittendrin dann einen Cut machen möchte und ja, ich bin wahnsinnig gespannt, ich muss gucken, ich werde glaube ich nicht lange warten, bis ich die nächste Folge aufnehme, an dieser Stelle bedanke ich mich aber erstmal bei euch fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, macht's gut ihr Lieben und bis dann, ciao!